Mein Name ist Peter Baumgart. Ich bin Vorsitzender der Verkehrswert im Kreisklebe seit etwa zehn Jahren. Seit 1992 gehöre ich der Verkehrswert im Kreisklebe an. Zur Verkehrswert bin ich gekommen, weil ich damals Polizeibeamter war, in der Funktion als Verkehrssicherheitsberater. Ja, also ich meine, der Radartest ist in Ergänzung zu dem normalen Hörtest eine wertvolle Sache, nämlich dadurch, dass man wirklich wahrnehmen muss, nicht nur gibt es ein Geräusch, auf das ich mich einstellen muss, sondern wo kommt das Geräusch her und wo geht es hin. Von daher eine wichtige Orientierungsmaßnahme, eine Hilfe zur Orientierung, sich im Straßenverkehr sicherer zu verhalten.